Schönen guten Morgen, hier ist wieder euer Duggingbird mit der zweiten Folge von Kleinigkeiten zu lachen. Ah ja, mein kleiner Schwarzer ist heute wirklich da, nicht mehr so schüchtern wie gestern. Oh, hallo kleiner Schwarzer. So ihr Lieben, was habe ich heute für euch? Ja, da fällt mir natürlich sofort wieder was ein. Also machen wir zuerst einmal wieder die Musik weg, oder? Auch wenn ich zum Witz erzähle, die Musik nicht gut. Na, okay. Also, treffen sich ein Ami, ein Deutscher und ein Franzose in einer Bar und unterhalten sich über das Thema der Liebe. Der erste, der zu erzählen anfängt, ist der Ami. Oh, beierst in Amerika. Wenn eines Abends ich habe Lust auf eine junge Dame, ich gehe in das nächste Bistro, sehe die Dame meiner Wahl, bestelle eine Flasche de Champagner. Wir trinken gemütlich de Champagner, reden über alles. Après, wir gehen ein wenig promenieren auf die Avenue. Nach dem Prominieren, wie ich suche ein wunderschönes Hotel, nehme ein Zimmer mit Blick auf den Mond, auf die Sterne. Ich öffne eine Flasche de Champagner, lege der junge Dame auf das Bett, lege auf eine Platte von Champagner. Après, ich gieße de Champagner und den Körper auf die junge Dame. Und er bricht in der Deutsche. Sagt, entschuldigen Sie, junger Mann, geht das auch mit Bier? Ja, okay Leute, das war es wieder mit Folge 2 von mir. Ich hoffe, ihr habt den Witz verstanden. Ja, dann bis bald und bis zu Folge 3. Tschüss. Ah ja, übrigens, meinen Kanal, den könntet ihr mal so langsam abonnieren. Es kommt noch viel, versprochen. Also, tschüssi tschüss und ja, papa.